Guten Tag, meine Damen und Herren, hier sehen Sie die Riesenraupen des Großen oder Wiener Nachtpfauenauges. Eine Länge von 12 Zentimetern haben die Riesenraupen und der Schmetterling ist der größte Falter Europas, lebt im Mittelmeergebiet, fliegt in einer Generation im Jahr und hat eine Flügelspannweite von bis zu 15 Zentimetern, ist also der größte Schmetterling Europas. Die Riesenraupen verpuppen sich in braunen Seitenkokons, überliegen von Juli, August bis nächstes Jahr, April, Mai und fliegen in einer Generation des Jahres. Fantastische Wesen, 12 Zentimeter Länge, Daumen dick.